Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich gerade meine erste Rede im Deutschen Bundestag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie halten darf. Das ist das zentrale Thema für junge Familien. Das spüren wir als Familie im Übrigen in regelmäßigen Abständen selbst und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Familien in unserem Land ähnlich geht. So gehört es zur Realität dazu, dass die Betreuung gerade von Kleinkindern oft ohne die Großeltern nur sehr schwer zu organisieren ist. Es ist unsere, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weiter an der Verbesserung der Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit in Deutschland mehr Kinder auf die Welt kommen und damit unser Land insgesamt noch kinderfreundlicher wird. Und um dies auch gleich zu sagen, ich bin der Meinung, dass der Staat nicht alle Herausforderungen von jungen Familien lösen muss. Die Erziehung von Kindern ist und bleibt zuvorderst auch Aufgabe ihrer Eltern. Wir wollen als Union auch nicht die freie Entscheidung der Familien eingreifen. Wir schreiben keinen Weg vor. Auch Familienarbeit ist Arbeit und verdient unsere Unterstützung und Anerkennung. Für diejenigen, die Erwerbstätigkeit und Familienarbeit besser verbinden möchten, da wollen wir aber etwas tun. Und um es noch einmal ganz deutlich heute zu betonen, ich glaube, das ist notwendig, Elterngeld plus und auch die Partnerschaftsmonate tragen die Handschrift der Union. Und sie tragen ganz erheblich dazu bei, dass Beruf und Familie besser zu vereinbaren sind, gerade wenn unsere Kinder klein sind. Und das sollten wir heute auch nicht kleinreden. Das sollten wir nicht kleinreden. Wir sollten um kurz nach neun hier auch noch nicht rumschreien und völlig am Thema vorbeisprechen. Den Geist, liebe Kollegen von der AfD, von denen Sie gesprochen haben heute, den haben wir gesehen, den haben wir heute Morgen gesehen, den haben wir auch gestern wieder gesehen, welcher Geist hier eingezogen ist. Und das, was wir von Ihnen erwarten würden, wäre, dass Sie endlich mal Vorschläge machen würden, konkrete Vorschläge machen würden, wie Sie die Situation von Familien in Deutschland verbessern wollen. Ich kann Ihnen das nochmal sagen, das ist das Elterngeld plus. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich finde, wir sollten darauf stolz sein. Die Regelung ermöglicht Eltern, länger gemeinschaftlich die Kindeserziehung aufzuteilen und zugleich den Anschluss im Beruf nicht zu verlieren. Das ist ein gutes Angebot für Familien. Und es verwundert nicht, es verwundert nicht, und wir haben es ja heute gehört, dass es immer besser angenommen wird, insbesondere auch von den Vätern. Der Bericht zeigt auch, dass Elterngeld plus ermöglicht insbesondere Frauen auch einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf. In unserer sich immer schneller auch verändernden, digitaler werdenden Arbeitswelt wird das auch immer wichtiger. Denken Sie mal an eine Mutter, die im IT-Umfeld im weitesten Sinne tätig ist und die es nach über acht Jahren Familienauszeit wieder gilt, in ihren Job zu integrieren. Das ist durchaus anspruchsvoll, im Übrigen nicht konstruiert, sondern ein Fall aus meinem eigenen Berufsleben als Personalleiter eines mittelständischen Energieversorgers. Und es zeigt eben, wie wichtig es ist, früher wieder den Anschluss auch an den Arbeitsplatz finden zu können, wenn man das möchte, das ist wichtig für Eltern und im Übrigen auch für Arbeitgeber. Früher in Teilzeit zurückzukommen, das macht eben gerade das Elterngeld plus möglich. Zugleich stellt es aber auch eine große Herausforderung für Unternehmen dar. Und ich finde, das muss man heute Morgen auch mal sagen, es ist durchaus eine Herausforderung, wenn monatsweise, teilweise auch länger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit gehen und für diesen Zeitraum eben auch ersetzt werden müssen, weil sie einfach auch nicht ersatzlos wegfallen können, weil sie auf einer Schicht, wenn einer fehlt, dennoch eben für Ersatz gesorgt werden muss. Deswegen ist das für Unternehmen eine Chance, aber immer auch eine Herausforderung. Beruf und Familie zu vereinbaren, ist also schon vielfach Thema in der alltäglichen Arbeit unserer Unternehmen. Die Zeiten, in denen Vorstellungsgespräche vor allem Gehaltsverhandlungen waren, in denen es also vor allem darum ging, um die Höhe des Einkommens ging, sind lange vorbei. Stattdessen geht es um Fragen wie, wie kann ich meine neue Arbeitsstelle mit meinem Familienleben kompatibel machen? Kann ich an einem oder zwei Tagen pro Woche vielleicht auch mal von zu Hause arbeiten? Kann ich meine Arbeitszeit flexibel gestalten, also am Nachmittag nach Hause gehen, mit den Kindern spielen und wenn die dann im Bett liegen, auch wieder weiterarbeiten? Das sind die Themen dieser Zeit, mit denen wir uns, denke ich, beschäftigen sollten. Das Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus können eine Antwort auf diese Frage geben, eine von vielen Antworten wohlgemerkt, aber sie sind ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir als Land kinderfreundlicher werden. Natürlich gibt es beim Elterngeld Plus auch Dinge, die wir verbessern können. Die Rheinpfalz, das ist die Lokalzeitung meiner Heimatstadt Ludwigshafen, hat im Vorfeld über diese Rede berichtet und wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen zum Thema Elterngeld Plus und das zeigt einfach, wie sehr es die Menschen auch im Wahlkreis bewegt. Da ist ganz, ganz viel Lob dabei, aber es gibt eben durchaus auch Themen, die wir noch besser machen können. Das ist eine komplexe Regelung geworden, das ist eine Regelung, die durchaus auch bürokratisch ist und Familien fühlen sich dabei nicht immer optimal beraten. Deswegen glaube ich schon, dass wir noch einiges zu tun haben. Wir brauchen Anlauf- und Auskunftsstellen für alle Familienangelegenheiten, eine Auskunftsstelle, wo sich Familien dahin bewegen können. Das ist und bleibt unser Ziel. Und darüber hinaus gibt es noch vieles Weitere zu tun, glaube ich, damit unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt noch kinder- und familienfreundlicher wird. Unsere bisherigen Anstrengungen, das kann ich für die Union sagen, werden wir in den kommenden vier Jahren fortsetzen. Und ich werde dazu gerne auch meinen Beitrag leisten. Vielen Dank. Applaus Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Marsch, SPD.